Danke, Claudia Kleinert. Und eine wichtige Meldung fehlt heute noch in dieser Sendung. Sie lautet, Hamburg, Rekord im Fernsehstudio gebrochen. Der ewige Rekordhalter im Tagesthemen-Moderieren Ulrich Wickert, also ich, muss heute eine Niederlage einstecken. Er hat die Tagesthemen 15 Jahre, 2 Monate und ein paar Tage moderiert und wird mit dem heutigen Tag überrundet von seiner Nachfolgerin Karin Miosga. So ist das Leben, aber ich werde es verkraften. Karin Miosga ist die mir liebste Moderatorin. Herzlichen Glückwunsch, Karin. Und zum allerletzten Mal wünsche ich jetzt Ihnen, meine Damen und Herren, noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Ulrich, vielen, vielen Dank. Prost. Wie süß, Prost, auf dich.